Auf der Baustelle kann nachher doch wenig schief gehen, wenn man nur eine gute Firma wählt oder eine regionale Firma. Leider ist das ein sehr teurer Denkfehler und denkt mal kurz über folgende zwei Punkte nach. Erstens, auch gute und regionale Firmen kämpfen mit Personalmangel, mit steigenden Kosten und mit der Komplexität des Baus, weil es heute einfach deutlich mehr Bauvorschriften gibt, als es damals gab. Das heißt, es gibt einfach für jeden Einzelnen da viel mehr zu tun. Und auch ein Bauleiter ist immer eine rare Fachkraft, wo dann vielleicht auf einer Baustelle gar nicht so viel Betreuung ist, wie da sein müsste. Das heißt, auch gute Firmen haben Druck auf der Baustelle und es kann einfach sein, dass man was übersehen wird oder was in einem Zeitdruck nicht so gut funktioniert, wie es hätte sein können. Und Punkt Nummer zwei ist, dass diese kleinen Fehler dann am Ende sich zu großen Mängeln auswachsen können, die man dann am Ende vielleicht gar nicht mehr beheben kann, sondern man nur noch über eine Gutschrift spricht oder man halt mit irgendwas leben muss, was im Haus dann nicht so optimal wurde, wie es hätte werden können. Dafür bezahlt ihr aber trotzdem, weil diese Gutschriften meistens sehr gering ausfallen. Was also tun? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du könntest selber jeden Tag auf der Baustelle sein, aber da muss man halt wirklich ehrlich sein. Die meisten haben nicht das Fachwissen dafür, vor allem für alle Gewerke, um wirklich was beurteilen zu können. Und oftmals besteht dann die Gefahr, dass wenn man halt sehr viel auf der Baustelle ist und dann alles irgendwie kritisiert, was einem komisch vorkommt, dass man einfach nur der meckernde Bauherr ist, für den keiner so gerne arbeiten will. Das ist schwierig. Was tatsächlich die Lösung ist, ist eine unabhängige Baubegleitung durch einen Sachverständigen. Und da gibt es auch wieder verschiedene Punkte, die man beachten muss. Erstens, der Sachverständige sollte auf die Bauweise spezialisiert sein, die du umsetzen möchtest. Also wenn du jetzt ein Massivhaus baust, dann einen für Massivhäuser. Wenn du ein Fertighaus baust, dann einen für Fertighäuser. Weil, und da habe ich ein kleines Beispiel für euch mitgebracht, wir haben neulich eine Anfrage bekommen, wo es um den Keller ging. Und die Bauherren hatten einen Sachverständigen dabei, der jetzt aber sagt, der Keller ist nicht richtig abgedichtet worden. Da fehlt die schwarze Bitumenabdichtung. Jetzt ist es aber ein Keller aus Betonfertigelementen, also eine weiße Wanne in der Hinsicht, die auch mit einem Fugenblech und so weiter ausgestattet wurde. Das sagt der Kellerbauer, ja. Der Kellerbauer sagt nämlich, hier ist keine schwarze Abdichtung notwendig, wir haben das richtig gebaut. Wenn man jetzt aber einen Bausachverständigen hat, und das scheint mir hier das Problem zu sein, wir waren da nicht vor Ort, ich kann das nur aus unserer Sicht hier beurteilen, das scheint ein Bausachverständiger zu sein, der jetzt hauptsächlich Mauerwerkskeller kennt, bei denen so eine schwarze Abdichtung eben die Norm ist und gemacht werden muss. Bei Betonfertigelementen sieht das aber anders aus. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen und eine weiße Wanne mit Fugenblechabdichtung etc. kann hier auch ausreichend sein. Natürlich gibt es auch Anbieter, die dann trotzdem nochmal eine schwarze Bitumenabdichtung außen drauf machen, aber es funktioniert auch gegebenenfalls ohne. Und da muss man halt gucken, wie hat der Kellerbauer das Ganze dann abgedichtet, nach welcher Beanspruchungsklasse hat er das gemacht, also das muss man alles im Detail klären. Grundlegend haben die Bauherren jetzt hier aber ein Problem, weil aktuell steht die Baustelle still und das schon seit Monaten. Weil der Gutachter sagt, nö, das muss so sein und die Kellerbaufirma sagt, nö, wir haben das alles richtig gemacht. Und die Bauherren wollen jetzt natürlich auch nicht eine schwarze Bitumenabdichtung noch bezahlen. Also das sind alle so Themen, da sieht man, dass wenn der Bausachverständige sich vielleicht nicht explizit mit der Bauweise auskennt, dass es dann schwierig werden kann. Wie gesagt, ich kann jetzt hier nicht im Detail beurteilen, was da wirklich vorgefallen ist, aber die Kellerbaufirma sagt einfach was anderes wie der Bausachverständige. Und das ist schwierig und liegt wahrscheinlich daran, dass sie einfach nicht aus dem selben System kommen und nicht denselben Hintergrund haben und dadurch Dinge anders sehen. Und das erleben wir im Fertighausbereich auch sehr oft. Wir sind halt einfach auf die Fertigbauweise spezialisiert und wir erleben das oft, dass wir zum Beispiel als zweite Sachverständige dann auf die Baustelle gerufen werden, weil Bauherren erst einen regionalen Bausachverständigen hatten, der aber eigentlich nur Massivhäuser macht und mit dem sind die dann nicht wirklich weitergekommen. Weil das ist der zweite wichtige Punkt, dass nämlich der Bausachverständige nicht auf Konfrontation mit der jeweiligen Firma geht, sondern versucht da Lösungen zu finden. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Also nicht einfach auf eine Baustelle kommen und sagen, oh, hier ist ja alles schlecht, hier funktioniert nichts, jetzt müssen wir erstmal einen Baustopp machen, weil das ist immer das Schlechteste für euch. Ihr kommt dann später ins Haus, ihr habt Mehrkosten für Bereitstellungszinsen, weiterlaufende Miete und so weiter. Und wenn man das nachher nicht nachweisen kann, dass es nachher nicht richtig war, einen Baustopp zu machen, dann wird auch die Baufirma vielleicht auf euch zukommen und sagen, jetzt hatten wir hier eine längere Bauphase, das kostet jetzt nochmal mehr. Also da gibt es einfach Punkte, die enorm wichtig sind, dass der Bausachverständige aus der oder spezialisiert ist auf die jeweilige Branche. Also diese zwei Punkte sind enorm wichtig. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei euch auf der Baustelle wären als Sachverständige, mal kurz den Ablauf zu skizzieren, wir fangen oben am Dach an, gehen wir jetzt dann einmal komplett durchs Haus, da wird jede Wand gemessen mit einem Winkel, mit einem Laser, sodass man da wirklich weiß, wie sieht das aus, wie ist der Zustand des Hauses. Dann werden natürlich noch viele andere Dinge geprüft und auch mit Fotos dokumentiert und in einem Protokoll festgehalten. Und dann geht der jeweilige Kollege, der bei euch auf der Baustelle ist, das mit euch auch nochmal durch, zeigt euch auch die wichtigen Stellen, wo wirklich größere Themen waren. Eventuell kann man das dann auch gleich mit dem Bauleiter an dem Tag noch besprechen, sodass wirklich die Umsetzung dann auch schnell gemacht werden kann, dass diese Mängel, wie gesagt, gar nicht erst größer werden im weiteren Baufortschritt. Und deswegen ist eine Rohbaukontrolle so wichtig, dass ihr da wirklich wisst, wie ist das Haus aktuell, kann man das so weiter ausbauen oder gibt es da nachher irgendwelche Probleme? Und die sollte man halt frühzeitig korrigieren. Und da können wir wirklich gerne unterstützen. Also wenn ihr euch einen Bausachverständigen gerade für die Fertigbauweise an die Hand nehmen wollt, für euer Projekt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir haben auch so ein kostenfreies Erstgespräch von 15 Minuten, wo wir einfach mal die wichtigen Termine und den Ablauf dann speziell für eure Baustelle durchgehen können. Kommt ja auch immer darauf an, welche Ausbaustufe baut ihr, wie sieht das insgesamt aus. Und wir können natürlich auch immer einen Paketpreis anbieten, wenn ihr jetzt mehrere Leistungen dann bei uns buchen wollt. Also die Rohbaukontrolle, zum Beispiel eine Begehung vor der Abnahme und dann die Hausabnahme selber. Weil wir ja auch wissen, wenn die Rohbaukontrolle schon mal gemacht wurde, dann kann ja in den späteren Phasen gar nicht mehr so viel mehr passieren. Und wir sind schon in diesem Fall dann drin. Wissen, wo müssen wir nochmal spezieller hinschauen, wo war schon im Rohbau was nicht vielleicht ganz in Ordnung. Das können wir dann an späterer Stelle nochmal kontrollieren. Und dafür können wir gerne so ein Gesamtpaket mal anbieten. Also meldet euch da gerne bei uns. Einfach fertighausexperte.com-kontakt. Und dann können wir gerne über euer Vorhaben sprechen. Ansonsten hoffe ich, es hat euch geholfen, einfach mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, was wirklich eine Bausachverständigentätigkeit umfasst und auf was man da wirklich achten sollte, welche Punkte da wichtig sind. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Funktioniert Ivana Untertitelung des ZDF, 2020